Was geht ab Freunde? Herzlich Willkommen zu einem neuen XRP Update. Ja, es ist Freitag, es ist der letzte Freitag im Jahr und deswegen auch dieses Jahr zumindest das letzte XRP und Ripple Update. Ja, es hat sich einiges im Kurs getan. Wir haben einerseits unsere Preisziele erreicht, andererseits wurden Positionen ausgestoppt. Wieso, weshalb, warum, das schauen wir uns auf jeden Fall im heutigen Update Video an. Doch bevor wir starten, lasst dem Video auch gerne ein Like da, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Gerne eure Kursverläufe für nächstes Jahr mal in die Kommentare unten reinschreiben. Was denkt ihr, wie sieht es nächstes Jahr mit Ripple aus? Werden wir Prozess gewinnen? Also gegen die SEC werden wir vielleicht die 1 Dollar Marke knacken? Würde mich auf jeden Fall riesig interessieren. Eure Meinung in den Kommentaren und wenn ihr noch nicht in der Telegram Gruppe drin seid, gerne da rein joinen. Gut und damit würde ich sagen, fangen wir auch direkt an. Momentan traden wir bei ungefähr 0,33 US Dollar Cent. Und ihr seht schon, wir hatten nochmal einen deutlichen, deutlichen Abverkauf. Im Gegensatz zum Gesamtmarkt, also ich sage jetzt einfach mal Bitcoin und Ethereum, ist XRP momentan, zumindest in den letzten Tagen, deutlich, deutlich schwächer unterwegs. Wir haben unsere Supportbox verlassen, deswegen machen wir die jetzt hier erstmal an sich raus. Wir haben aber schon in den letzten Videos, also zumindest die Woche habe ich schon mal über XRP gesprochen, drüber gesprochen. Okay, sollten wir jetzt hier keine richtigen Impulse mehr kriegen. Wir haben es hier nicht mal mehr geschafft, die Ineffizienz bei ungefähr 0,35 US Dollar Cent zu knacken. Geht es wahrscheinlich deutlich tiefer und auf diesem Weg machen wir uns momentan. Nachdem letzte Woche noch wirklich gut war, wir haben ja letzte Woche darüber gesprochen, okay, Support wurde getestet. Wir haben eine Long Position noch weiterhin offen gehabt. Die ist dann jetzt auch endlich mal in das Golden Pocket reingelaufen, wo wir drüber gesprochen haben, bei ungefähr 0,37 US Dollar Cent. Wir haben die Ineffizienz hier oben gebrochen, also perfektes Short Signal. Das habe ich dann auch in der Telegram Gruppe gegeben, das Short Signal und wurde dann, und das ärgert mich immer noch extremst, um 0,0002 US Dollar Cent ausgestoppt. Ja, was wir immer machen, manchmal läuft es, manchmal halt nicht. Dafür ist unsere Long Position dann mittlerweile nach zwei Take Profits in den Stop Loss gelaufen. Also auch hier ist momentan keine Position mehr offen. Wir müssen hier jetzt generell abwarten, aber es ist natürlich kein gutes Zeichen. Und zwar, wir sind jetzt auf einem 4-Stunden-Chart, wenn wir hier schon am Golden Pocket so rejected werden und dann auch noch mit so einem krassen Abverkauf und so einem Volumen, was wir hier unten sehen, ist das meist kein gutes Zeichen. Das heißt, hier ist einfach keine wirklichen Impulse, kein wirkliches Kaufvolumen oder Kaufinteresse hier. Wir befinden uns übergeordnet in dieser riesigen Seitwärtsrange, die jetzt wirklich schon seit 11. Mai 2022 geht. Also es hat sich am Kursverlauf des ganzen Jahr über wenig geändert. Gute Einstiege möglich, meines Erachtens nach immer noch. Aber ob das wirklich schon nach Boden ist, wage ich immer noch zu bezweifeln. Es gab auch noch kleine News-SEC-Hinman-Dokumente, sollen unter Verschluss bleiben. Die US-Wertpapier- und Börsenaufsicht-SEC hat beantragt, Dokumente aus dem Jahr 2018 für ungültig zu erklären. Darunter auch Dokumente, die im Zusammenhang mit der Hinman-Rede stehen. Also auch hier tut sich weiterhin was. Ja, SEC versucht alles, ganz ehrlich, für mich ist das Ding durch. Und ich denke auch, dass wir da nächstes Jahr spätestens, vielleicht sogar schon im zweiten Quartal oder ersten Quartal, auf jeden Fall eine positive Entscheidung sehen. Also klar, es ist ein Präsidentsfall für die ganze Krypto-Industrie. Trotzdem sehe ich dem ganzen Jahr 2023 nicht nur gesamtmarktwirtschaftlich deutlich besser entgegen, sondern auch bei Ripple. Aber wie gesagt, kurzfristig müssen wir jetzt mal gucken, wie der Weg weitergeht. Es ist sehr wahrscheinlich, dass wir uns die Tiefs hier bei 0,33 US-Dollar Cent auf jeden Fall nochmal holen, wenn nicht sogar hier runter in den Bereich der 0,32 US-Dollar Cent. Darüber haben wir ja schon letzte Woche im Update-Video gesprochen, dass momentan einfach die Chance noch höher ist, dass wir hier nochmal runterfallen. Eine Bodenbildung, also wirklich die gesamte Bodenbildung, meines Erachtens nach hier wirklich in dem Bereich der 0,23 US-Dollar Cent erst für möglich halte. Je nachdem, wie sich die Märkte orientieren. Wir sind bei Bitcoin, haben wir noch Luft bis ungefähr 14.000 US-Dollar. Und sollte das wirklich eintreffen, ist es echt nicht unwahrscheinlich, dass wir auch bei XRP und Ripple nochmal ein 31% Dump sind. Ich würde es nicht ausschließen, ich will jetzt hier keine falschen Hoffnungen machen einfach. Aber es ist einfach noch die Möglichkeit, aufgrund dieser gesamten Marktlage, die jetzt noch sehr verschwommen ist, kann man so wirklich sagen, würde ich einfach es nicht ausschließen, dass wir nochmal runtergehen. Ich werde weiterhin XRP akkumulieren, da spricht nichts dagegen, aber größere Nachkäufe werde ich dann wahrscheinlich erst hier unten in dieser Box wieder bei 0,30 oder 0,29 oder dann erst bei der 0,23 US-Dollar Marke tätigen. Kurzfristig, um jetzt nochmal drauf zu gehen, wird es jetzt entscheidend sein, kriegen wir hier ein neues Lower Low rein und schließen vor allem auch darunter. Also kriegen wir ein Daily Close darunter und das schauen wir uns jetzt mal ganz kurz auf dem Daily Chart an, wie das hier aussieht. Ihr seht hier, dieses Low bei ungefähr 0,33, 88 hatten wir und wir sind jetzt momentan darunter und kriegen wir hier ein Lower Low rein. Wenn mindestens einen Tag, besser wäre natürlich sogar zwei Tage mit einem Lower Low, ist die ganze Aufwärtsstruktur meines Erachtens nach gebrochen. Die ist eigentlich jetzt schon gebrochen, weil wir den Abtrend durchbrochen haben, auch mit einem Daily Close darunter, aber kriegen wir hier noch ein Lower Low. Ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass wir uns dann einfach das nächste FIP-Level von unten nach oben ziehen, dann wieder ein korrektives Hochgehen. Das heißt, wir bilden dann hier irgendwo kurz einen Boden, versuchen korrektives Hoch und setzen dann die Reise einfach nach unten hin fort. Und das möchte ich momentan einfach noch nicht sehen, deswegen bitte den Daily Close mal im Auge behalten. Daily Close, sollten wir hier drunter schließen, ist es auf jeden Fall hier nicht ratsam, in irgendwelche Long-Positionen reinzugehen. Wir müssen das dann ganz genau im Auge behalten, aber momentan spricht nichts dafür, hier wieder eine Long-Position aufzumachen. Die andere war top, der Short wäre eigentlich auch Bombe gewesen. Es ärgert mich halt extrem. Mittlerweile wären das knapp 10% oder 11% sogar gewesen, also es ist echt ärgerlich. Aber gut, Long-Position schließe ich momentan aus. Wir warten dann gegebenenfalls hier nochmal auf den Retest, sollte es hier in den Bereich der 0,35 US-Dollar-Cent kommen. Und dann dampen wir das Ding nach unten, sehr wahrscheinlich. Also es bricht momentan einfach mehr für einen weiteren Abverkauf, als dass wir jetzt hier Richtung 1 Dollar oder 50 US-Dollar-Cent gehen. Gut, ist zwar jetzt nicht das, was ihr wahrscheinlich hören wolltet, jetzt so kurz vor Jahresende, aber gut, wie gesagt, ich blicke dem ganzen Jahr 2023 deutlich, deutlich bullischer entgegen. Und damit soll es es auch gewesen sein für mich, für XRP dieses Jahr. Vielen, vielen Dank an alle, die jeden Freitag nur wegen XRP zuschauen. Gibt es ja, glaube ich, genug da draußen. Vielen, vielen Dank für euren Support auf jeden Fall. Freut mich riesig. Und dann würde ich sagen, wünsche ich euch einen guten Rutsch für alle XRP-Hodler, für alle normalen, sag ich mal, die noch Bitcoin und so interessiert sind, kommt natürlich jeden Tag ein Update-Video. Und ja, dann war es das von mir. Guten Rutsch. Wir sehen uns. Gerne Like da lassen, abonnieren, Telegram-Gruppe joinen. Das war es von mir. Bis dahin. Ciao, ciao und stay crypto. Ciao.